Ein Ford Transit-Sustum steht hier zum Verkauf. Sechs Personen haben in diesem großen weißen 5-türigen Windplatz. Der Venn bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP für Suffix, Kindersitzbefestigung, Partygefilter, Tempomat, Bordcomputer und noch vieles mehr. Der Diesel hat eine Leistung von 125 PS und wird über ein Schaltgetriebe gesteuert. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 27.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bester Preis